Hey Leute, willkommen zurück zu The Walking Dead, Staffel 2, Kapitel 5. In diesem Video werdet ihr jetzt alle Jane Endings sehen, das heißt, wenn ihr das möchtet. Das erste Ending ist das, wofür ich mich entschieden habe, was ich so als das Beste erachtet habe, wenn man von der ganzen Situation noch was Gutes entnehmen kann. Die anderen Endings, die danach folgen, werden euch vielleicht eine andere Seite von Clementine zeigen, die ihr nicht unbedingt gerne sehen möchtet. Aber, naja, das ist eure Entscheidung. Wenn ihr nach den Credits dranbleibt, dann könnt ihr euch die noch ansehen. Ich möchte hier darauf verweisen, dass es nicht meine Entscheidungen sind, die noch folgen werden. Das war, wie gesagt, die erste. Aber ich würde mich trotzdem sehr freuen, wenn ihr das Ganze etwas honoriert, indem ihr vielleicht eure Meinung noch sagt, vielleicht noch ein bisschen Liebe da lasst. Und, ja, dann sehen wir mal gemeinsam, wie so der allgemeine Tenor ist, für was ihr euch entschieden hättet. Gut, ohne weitere Umschweife, weiter geht's mit dem Ende von Staffel 2. Gut, ohne weitere Umschweife, weiter geht's mit dem Flog. Fuck you! Stop! Please! Let's go! Chain! Oh my god! This is all your fucking fault! Piece of shit! Just go! I ain't going nowhere! Fine. You're going to kill each other! No! I'm gonna kill her! Try it, you old fuck! I'll fucking kill you! That's a fucking deal, huh? Stop! It's over! Listen to me! Get her off! No! No! You're a fucking baby killer! God damn it! I'll fucking kill you! I knew you wouldn't! You're a fucking bitch! Oh! I'm gonna kill you! You're a fucking bitch! Come on! Oh fuck you! Come on! Please! You're a fucking bitch! You're a fucking bitch! I'm gonna kill you! You're a fucking bitch! Are you okay? Yeah. Yeah, I think so. Clam. You made the right choice. I let you down. I let everyone down. Just, just hang on, Kenny. Please. No, no. You're better off without me. We almost made it. We were close, weren't we? I thought I wanted this. Asked for it so many times. Now that it's happening, I'm scared. I'm afraid, Clam. It's okay, Kenny. You're going to see Katcha and Doug. You're going to see them again. Oh, you're always good for a smile. No. Come on. Ohh. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Oh mein Gott, AJ! Oh mein Gott, oh... Oh, bist du okay? Woah... Kleines Knautschgesicht. Ich verstehe, wenn du dich schiefst. AJ war nie in any danger. Ich war nur... Ich versuchte dich zu kommen mit mir. Ich dachte nur, wenn du Kenny so gesehen hast, du wirst du ihn verletzt. Schau, Kleine, ich bin sorry. Ich glaube, dass Kenny so weit geht. Aber jetzt ist es vorbei. Wir sind alle sicher. Wir werden uns okay sein. Ich kann nicht glauben, dass er alive ist. Er ist sicher, Kleine. Es war ein dummer Plan. Ich hätte niemals lief zu dir. Aber ich dachte, dass es die einzige Art von dir sehen würde. Oh mein Gott! Kenny, du musst mich entschuldigen. Bitte. Wir können nur alles hinterlassen. Bitte. Ich habe es für dich, Kleine. Für uns. Wir sind frei jetzt. Ich versuchte dich, Jane. Danke. Danke, Kleine. Du bist richtig über Kenny. All along, du wusstest, was er zu tun hat. Es ist vorbei, Kleine. Wir lassen uns nur alles hinter uns. Ich versuchte dich, wenn du es ist. Ich versuchte dich. Danke, du bist. Ich versuchte dich, du bist. Du bistart. Du bist für dich, du bist. Ich kann nicht mehr sehen, von hier. Komm schon. Ich weiß nicht, wie du das warst, warst du das? Wir gehen uns weiter. Hier ist das Essen. Clem, diese Formulatur. Bonnie war richtig. Die Greenhouse ist in gut shape. You know, vielleicht sollten wir hier ein paar Mal bleiben. See how it goes. Just, just stay behind me. Clem. Come on. They don't look armed. This your place? It's bit. Quiet. Yeah, it is. Really? Yeah. Why? We need help. My boy, he... He ain't doing so good. What's wrong with him? Look, don't worry. He ain't bit. He ain't bit. Just hungry. We've been walking for weeks. Ran out of food a couple days back. That your kid? Where you girls been? Why do you care? Whoa, I didn't mean nothin' by it. Everywhere. All over. You, uh, been up north? Yeah. Yeah, us too. Keep your eye on him. This place needs a lot of work. Yeah? We could help you. There's not that much food left. Please. We won't make it another night out here. Look, I know you don't know us. And I know a lot of people out here say a lot of things. But I'm asking you, as a father, please, don't turn us away. I don't know, Clem. They could be anybody. Do we really want to go through this again? Please. We'll die out here. Just give us a chance. Give us a chance to prove ourselves. Come in. Thank you. Around the side. You sure about this? This place is a mess. And I don't know how long that food will last. It'll take a lot of work. And we don't know these people. Maybe we can start something here, Jane. It's not much. But we'll make it better. Just keep your eyes on them. We'll be fine. My name's Patricia. Jane. Thank you, Jane. Don't mention it. Thank you so much. Of course. Cool hat. Yeah. Thanks. Das wirft gleich wieder so einen Schatten auf die Sache. Natürlich musst du ja eine Knarre dabei haben. Oh, Leute, Mann, was für ein Ende. Oh, Mann. Das ist doch... Ich hoffe wirklich für alle, dass es gut ausgeht. Wenn eine dritte Staffel kommt, ist die sicherlich auch wieder mit Klemm. Ach, Mann, Leute. Ich bin so zerrissen. Was? Bitte was? So wenig haben da versucht, Luke zu helfen. Selbstlosigkeit. Das Baby beschützt. Ja, 56% haben das Baby beschützt. Mit mir. Risiko. Nur 34,3% haben Luke geholfen. Oder wollten ihm helfen. Na gut, wahrscheinlich hat der Rest Feuerschutz gegeben. Was auch eigentlich die bessere Wahl gewesen wäre. Aber ich glaube, er wäre so oder so gestorben. So leid es mir tut. Ja, Loyalität. Mit Mike gehen? Hm. Ja, ich hätte mit ihm... Ich hätte ihn fragen können. Aber 75% haben es nicht getan mit mir. Überlebenssinn. Kenny erschossen. Oh, Mann. 48,5%. Also war ich in der Minderheit. Ich bin gerne in der Minderheit. Freundschaft am Ende. Mit wem bist du? Zusammen. Ja. 19,1% sind mit Jane und der Familie. Was heißt die Familie? Ach so, die Familie jetzt. Na gut. Seht ihr mal. Ich bin absolut in der Minderheit. Außer jetzt, was das mit dem Verlassen angeht. Und das Baby. Aber das gefällt mir so. Na gut, Leute. Was soll ich sagen? Es war ganz schön traurig. Nicht so schlimm wie die erste Staffel. Aber ich fand es ganz schön heftig. Nun gut. Ich will eigentlich nicht mehr Worte verlieren. Außer, dass ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ich fand es eine sehr tiefgehende Reise. Sehr traurig alles. Aber es muss ja auch mal ein Ende finden. Das tut es hiermit. Ja. Ich hoffe, ihr lasst mir noch ein bisschen Feedback da. Hat es euch gefallen? Wenn ja, gerne ein Like. Schreibt mir noch eure Meinung dazu. Hättet ihr gehandelt wie ich? Oder ganz anders? Man weiß es nicht. Und freut ihr euch schon auf die dritte Staffel, die wahrscheinlich schon in der Mache ist, so wie ich Telltale kenne? Es kann jetzt wahrscheinlich nur noch ein halbes, dreiviertel Jahr, vielleicht auch ein Jahr dauern. Dann geht es weiter. Ich bin sehr gespannt. Na gut, Leute. Ich bin der Bruga. Ich verabschiede mich. Bedankt mich fürs Zusehen die ganze Zeit. Eben für das, was ihr zurückgegeben habt. Für die Arbeit. Und naja. Haut's rein. Und tschö tschö. Und naja. grâce las an savez died. Und naja. Und naja. Und naja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das?